Buster und Ash machen Ferien am Strand. Mama Bus und Mama Feuerwehr bereiten den Grill vor. Und Buster und Ash bauen eine großartige Sandburg. Wow, die Wellen kommen jetzt wirklich nahe. Schnell, die Sandburg könnte zerstört werden. Ash zur Rettung. Er beschützt die Sandburg mit einer Mauer aus Sand. Tolle Idee, Ash. Oh, sieh mal, da ist Iggy der Eiswagen. Hurra. Oh nein, Ashs Mauer konnte die Wellen nicht aufhalten. Sie haben ihre Sandburg zerstört. Buster ist sehr traurig. Aber Ash hat einen Plan, sie zu retten. Buster ist zu bestürzt, um zu helfen. Vielleicht kann eine Eiscreme ihn aufheitern. Ich frage mich, was für Geschmacksrichtungen er wählen wird. Wow, das ist eine riesige Eiscreme. Wow, langsam. Ash repariert immer noch die Sandburg. Buster könnte Ash auch eine Eiscreme holen. Aber er ärgert sich über Ash, weil seine Mauer die Sandburg nicht beschützt hat. Buster holt nur für sich selbst Eiscreme. Wow, Ash hat die Sandburg so gut wie neu wieder aufgebaut. Jetzt fühlt Buster sich schlecht, weil er Ash keine Eiscreme geholt hat. Also, gib ihr Ash seine. Sei vorsichtig, lass es nicht fallen. Iggy gibt ihnen noch eine Eiswaffel. Jetzt können sie die Eiscreme teilen. Mh, 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 lecker. Fast das Geburtstag. Mama und Opa bereiten eine ganz besondere Party vor. Jetzt noch nicht essen, Buster. Du musst warten, bis deine Gäste hier sind. Oh, schau, sie sind hier. Es sind Scout, Ash und Bandit. Alle freuen sich sehr auf die Party. Was macht Bandit da? Der Kuchen sieht lecker aus. Noch nicht, Bandit. Zuerst spielen wir Partyspiele. Sie spielen Stopp-Tanz. Sie müssen tanzen, bis die Musik aufhört. Tolle Bewegungen, Scout. Und Stopp. Oh nein, Scout verliert ihre Balance. Und Buster auch. Sie sind aus dem Spiel raus. Nur Bandit und Ash sind noch dabei. Und tanzen. Bandit verliert seine Balance. Oh nein, er hat Ash umgestoßen, damit er gewinnen konnte. Und jetzt ist Ash aus dem Spiel raus. Aber Opa hat nicht gesehen, wie Bandit geschummelt hat. Das war nicht nett. Das war nicht nett, Bandit. Jetzt spielen sie Reicht es weiter. Sie reichen das Geschenk weiter. Und wenn die Musik aufhört, können sie das Geschenkpapier abmachen. Hurra für Ash. Bandit hat schon wieder geschummelt. Er hat das Paket genommen, nachdem die Musik schon eins war. Armer Ash. Bandit spielt nicht fair. Buster sagt Bandit, dass er Ash traurig macht. Er soll darüber nachdenken, wie seine Taten sich auf die Gefühle anderer auswirken. Zeit für den Geburtstagskuchen. Puste die Kerzen aus. Los, basta. Was für ein Festessen. Das ganze leckere Essen wurde verspeist. Naja, fast. Keine Sorge, Ash. Hier ist der Geburtstagskuchen. Bandit fühlt sich schlecht, weil er Ash traurig gemacht hat. Bandit tut es wirklich leid und er gibt Ash seinen Ball zurück. Es ist alles gut, Bandit. Ash verliebt dir. Aber denk daran, dass es nicht nur ums Gewinnen geht. Es geht darum, zusammen Spaß zu haben. Busters Herzlichkeit rettet die Party. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Buster. Buster und Mama besuchen heute Terrys Farm. Wow, die Farm ist so cool. Buster ist sehr aufgeregt. Sieh mal. Was für niedliche Welten. Wie süß. Buster hat einen Fußball gesehen. Er liebt Fußball. Mama Bus ist hier, um sicher zu gehen, dass die Hündchen alle gesund sind. Aber Buster hat andere Ideen. Er möchte Fußball spielen auf der Farm. Was war das? Eins der Hündchen ist Buster nach draußen gefolgt. Sieht so aus, als wollte sie spielen. Aber Buster will alleine spielen. Da ist sie wieder. Das Hündchen hört nicht auf, ihm zu folgen. Buster wirft einen Stock für das Hündchen, um sie abzulenken. Da wird sie bestimmt weggehen. Nein, das hat nicht geklappt. Und jetzt hat das Hündchen den Fußball gemopst. Was für ein freches Hündchen. Oh. Endlich hat Buster seinen Ball wieder. Aber das Hündchen möchte immer noch spielen. Bleib da, Hündchen. Oh. Oh. Buster versteckt sich hinter Heuballen. Nicht schon wieder. Vielleicht kann Buster dem Hündchen im Kornfeld entkommen. Das Hündchen ist traurig, weil sie ihn nicht finden kann. Aber Bastas Plan hat geklappt. Oh nein, wie ist das Hündchen denn da raufgekommen? Sie fällt gleich. Und Mama, Boss und Terry haben es nicht bemerkt. Schnell Buster, schnell! Los Buster! Puh, er hat das Hündchen gerettet. Das war aber knapp. Mama hat bemerkt, dass ein Welpe fehlt. Aber keine Sorge, Buster hat sie nach Hause gebracht. Was für ein toller Tag auf der Farm. Oh oh, nicht noch mal. Buster, Bandit und Scout machen eine Pyjama-Party. Sie sollen schlafen, doch sie haben viel zu viel Spaß und sind noch wach. Sie sind zu aufgeregt, um zu schlafen. Wer ist das? Es ist Opa-Bus. Er sagt, dass es spät ist. Zeit fürs Bett. Sie können nicht die ganze Nacht wach bleiben und spielen. Vielleicht kann dieses Nachtlicht Ihnen helfen. Wow, schau dir die Sterne an. Buster liebt Sterne. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn er eine Rakete wäre und durch die Sterne fliegen würde. Oh schau, es ist Raketen, Buster. Buster und seine Freunde nutzen ihre Vorstellungskraft. Sie fliegen durch das All. Schau dir das an. Da ist die Erde. Sie machen ein Rennen dorthin. Auf die Plätze, fertig, los. Buster führt. Oh nein, Bandit hat ihn aus der Bahn geworfen. Ah, jetzt liegt Buster weit hinten. Wie kann er wieder nach vorne kommen? Aha. Wow, Buster rast um Saturn herum. Jetzt fliegt er wirklich schnell. Was für eine kluge Idee. Er überholt Bandit und Scout. Hm, was hat Bandit nun vor? Vorsicht, Meteoriten. Bandit wirft sie auf Buster und Scout. Sie müssen ihn aufhalten. Sie werfen einen noch größeren Meteoriten zurück auf Bandit. Lass ihm das eine Lehre sein. Und weiter geht das Rennen. Buster und Scout sind Kopf an Kopf. Fast am Ziel. Raketenbuster gewinnt das Rennen. Super. Oh oh. Wieder erwischt. Opa hat sie spielen gehört. Das war wirklich lustig. Aber jetzt ist es wirklich Zeit fürs Bett. Gute Nacht allerseits. Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hin durchgefahren. Schau mal, Buster. Du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht. Du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Rate das Fahrzeug, das da kommt. Rate es durch seinen Laut. Bis zum nächsten Mal. Was kommt da wohl um die Ecke? Ich hör' einen Töv-Töv-Lit. Was kommt da wohl um die Ecke? Es ist ein Zug, der da fährt Was kommt da wohl um die Ecke? Ich hör' ein Tatütata Was kommt da wohl um die Ecke? Ein Feuerwehrauto kommt da Rate das Fahrzeug, das da kommt, rate es durch seinen Laut Was kommt da wohl um die Ecke? Ich hör' einen Tockelaut Was kommt da wohl um die Ecke? Es ist ein Traktor, der da fährt Was kommt da wohl um die Ecke? Ich hör' einen Brummenlaut Was kommt da wohl um die Ecke? Es ist ein Auto, das da fährt Rate das Fahrzeug, das da kommt, rate es durch seinen Laut Ash kommt zum Spielen zu Bastas Haus Sie freuen sich sehr auf ein paar Brettspiele Heute spielen sie das Leiterspiel Wie aufregend! Und Ash darf anfangen Fünf und zwei, das sind sieben Also darf Ash seinen Spielstein sieben Plätze weiter bewegen Jetzt ist Buster dran Acht! Los zieht sein Spielstein Jetzt ist Ash wieder dran Oh wow! Er hat sehr gut gewürfelt Er darf eine Leiter rauf Jetzt Buster! Fünf Oh je! Er rutscht die Schlange runter Buster hat nicht viel Glück Ups! Er hat seinen Spielstein umgeschubst Was ist das? Hier kommt Opa mit vielem anderen Spielzeug zum Spielen Aber alle fielen ihm runter Ash hilft sie alle wieder aufzuheben Aber niemand schaut auf Buster Oh nein! Er hat seinen Spielstein weiter versetzt Aber das ist doch Schummelei Oh nein! Er hat ihn bis zur Ziellinie geschoben Als hätte er gewonnen Jetzt ist Ash zurück Sieht aus, als wäre das Spiel vorbei Buster hat gewonnen Ash versteht nicht, wie das passiert ist Aber er freut sich für seinen Freund Wie komisch! Buster sollte doch froh sein, dass er gewonnen hat Aber er fühlt sich nicht gut Gar nicht gut Buster hat geschummelt Er hat nicht gerecht gewonnen Und das fühlt sich ganz falsch an Aber Opa weiß, dass es nicht nur ums Gewinnen geht Es ist das Spielen und Mitmachen, das Spaß macht Und jetzt ist Ash dran Ash würfelt Wow! Er musste fast die Schlange runter Buster rutscht noch eine Schlange runter Und? Da! Ash hat ganz ehrlich gewonnen Aber Buster freut sich für ihn Sie hatten so viel Spaß zusammen beim Spiel Schau! Es ist Jessie der Cheap Sie hat einen Kuchen Wow! Der sieht lecker aus Aber da kommt Bandit Bus Er sieht verschmitzt aus Oh nein! Er isst Jessies Kuchen Das ist gar nicht fair Arme Jessie Hier kommt Buster der Bus Und da ist Bandit, der zu schnell fährt Sieh! Buster spielt mit Scout Er hat ihr einen Fußball geschenkt Sieh wie Scout sich freut Sieh mal! Diggly baut einen bunten Turm Aber hier kommt Bandit Ich frag mich, was dieser schreckliche Mobber jetzt vorhat Oh nein! Er hat Digglys Turm umgeschmissen Bandit ist eine Bedrohung Oh je! Er hat Scouts Ball gesehen Bandit klaut den Ball für sich selbst Was für ein Mobber! Buster will etwas tun Die arme Scout ist so traurig Buster will seiner Freundin helfen Er wird sich gegen Bandit einsetzen Und ihn überzeugen Den Ball zurück zu geben Ich glaube nicht, dass Bandit Buster zuhören wird Er wird ihn stattdessen mobben Das ist nicht fair Aber warte! Jessie steht neben Buster Scout ist auch hier, um zu helfen Sie haben alle die Nase voll von Bandit Da ist Otis, das Polizeiauto Er freut sich an seinem Eis Ups! Bandit hat rückwärts Otis gerannt Otis sieht wütend aus Geschieht Bandit ganz recht, wo er so gemein zu allen war Jetzt können Buster, Scout und Jessie In Frieden zusammen Fußball spielen Jetzt, wo Bandit sie nicht mehr mobben kann Schau, da ist Scout Und da ist Buster Ich glaube, sie spielen Fangen Was hat Buster gesehen? Oh wow, ein Irrgarten Scout fährt hinein Na los, Buster Versuch sie zu finden Ich frage mich, wo lang Scout gegangen ist Da ist sie Los geht es Sie schlängeln sich durch den Irrgarten Welchen Weg sollte Buster jetzt nehmen? Hier lang Oh schau! Eine gelbe Blume Wie hübsch! Ein paar Mal abbiegen und Wo lang denn diesmal? Hier lang Warte mal Da ist die Blume wieder Buster ist im Kreis gegangen Vielleicht sollte er rückwärts gehen Um den Ausgang zu finden? Da ist Scout Sie hat sich auch verirrt Oh! Buster und Scout haben sich gefunden Zum Glück Aber jetzt müssen sie beide den Ausgang finden Scout balanciert auf Busters Dach Vielleicht kann sie so den richtigen Weg sehen? Da ist er Gute Arbeit, Scout Sie fahren schnell Richtung Ausgang Aber wo lang? Oh je Sie sind immer noch verirrt Schau! Reifenspuren! Sie können diesen bis zum Ausgang folgen Gute Idee, Buster Da ist die Blume wieder Ein bisschen weiter und Hurra! Sie haben es geschafft Gute Teamarbeit, ihr zwei Schau, da ist Rita, der Sportwagen Sie rast in den Irrgarten Ach je Ich denke, da werden Buster und Scout ihr helfen müssen Damit sie wieder hinausfindet Jessie hat nen Kuchen Oh, der ist so lecker Jessie passt nur auf Denn Bandit will nur Ärger Oh stopp, Bandit Bull Willst du meinen Rat? Willst du gern Freunde haben? Dann musst du nett sein Dann musst du nett sein Dann musst du nett sein Ja, der ist so lecker Scout spielt Fußball Spielt mit ihrem Kumpel Hey Scout, pass nur auf Denn Bandit will nur Ärger Oh stopp, Bandit Bull Willst du meinen Rat? Willst du gern Freunde haben? Dann musst du nett sein Dann musst du nett sein Dann musst du nett sein Buster ist genervt Er findet es nicht lustig Buster passt nur auf Denn Bandit will nur Ärger Renn, renn, Bandit Bus Bandit renn weg Wenn du lernst Wenn du lernst nett zu sein Komm und spiel mit uns Ich frage mich Was Buster und Digga da machen Wow, wer hat das gemalt? Sieht aus, als möchtet ihr Eiscreme haben Digger Digger Das ist ja eine riesige Eiswaffel Oh schau Hier kommt Iggy, der Eiswagen Buster und Digger möchten, dass Iggy ihnen hilft Das riesige Eis anzurichten Nun lasst uns sehen Oh, Kirschen Mh, das ist ein leckerer Geschmack Das nehmen wir Wow, seht euch das ganze Eis an So, als nächstes brauchen wir blaue Eiscreme Heidelbeeren Perfekt Das sieht so gut aus, Buster Ok, und jetzt gelb Bananen Gute Wahl Haha, du möchtest mehr? Ok, das muss jetzt aber die letzte Wahl sein Sonst wird es zu groß Ah, Apfel Das wird ja ein super leckeres Eis Noch einmal anstrengen, Iggy Das Eis sieht aber sehr wackelig aus Gib Acht, Digger Robin holt Scout ab, damit sie sehen kann, was Buster und Digger für ihren Geburtstag vorbereitet haben Folge Robin, Scout Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Scout Das ist das größte Eis, das ich je gesehen habe Oh nein, Digger Pass auf, Scout Das war knapp Puste die Kerzen aus, Scout Jetzt könnt ihr alle das Eis genießen, es schmeckt wirklich gut Miam Wow Vorsicht mit meinem Bild, Bandit Du bist dran, Scout Verteilt euch Hey Kommt zurück Fangt mich, wenn ihr könnt Mir ist schwindelig Oh nein Nein, nein, nein Mein Bild Nein Bandit, hast du das getan? Was? Nein, ich hab das nicht gemacht Buster, ich war das wirklich nicht Buster, komm schon Ash Ich hab den Bild gemalt, um dich zu trösten Siehst du, da bist du und da ist der Dinosaurier Ash, was ist denn los mit dir? Mein Bild. Bandit hat es mit seinem Reifen überfahren. Ich war's nicht. Ich hab's nicht gemacht. Versprochen. Ist das die Wahrheit, Bandit? Es ist wichtig, zu seinen Fehlern zu stehen. Auch dann, wenn es ein Unfall war. Nein, ich war's, der über Ashs Bild gefahren ist. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich bin einfach zu schnell gefahren, hab's nicht gesehen. Basta, warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich Angst hatte, was ihr wohl denkt. Tut mir echt leid, Bandit. Ich wollte nicht, dass du Ärger bekommst. Ich hatte einfach Angst. Ist schon okay. Ich verzeih dir. Das ist sehr nett von dir, Bandit. Und Basta, es ist wirklich nicht leicht, zu seinen Fehlern zu stehen. Es war sehr mutig von dir, die Wahrheit zuzugeben. Gut gemacht. Jetzt bist du dran, Ash. Mit Orange. Gelb, grün, blau. Das ist es, Leute. Ein Regenbogen. Die Reifenabdrücke sieht man nicht mehr. Wow, das ist ja noch besser als vorher. Ich liebe die Berge. Schnee ist echt super. Diese buckligen Buckel sind der spaßigste Spaß. Wow. Diese Chance ist super. Los geht's, Basta. Ich bin mir nicht sicher. Was ist, wenn wir stürzen? Komm schon, Ash. Du bist ein super Feuerwehrauto. Du kannst alles schaffen. Kommt schon, Leute. Los geht's. Scout, wir fliegen. Basta, wir stürzen. Seid ihr okay? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich auch nicht. Ich will nach Hause. Oh nein. Wir haben echt was abgekriegt. Wir müssen zu Jeddas Garage. Wir müssen erst mal den Berg runter. Ash, hilf uns, bitte. Ich hab ne Idee. Tut mir leid. Ich schaff's einfach nicht. Ist schon okay. Du kannst alles schaffen. Denk dran. Du bist ein super Feuerwehrauto. Du schaffst es. Mach weiter. Du schaffst das, Ash. Wow. Das ist nicht hilfreich. Mir ist schwindelig. Wir sind fast am Fuße des Berges angekommen. Komm, 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 komm. Princess! Wow! Ihr beide hattet wohl einen schweren Aufprall, oder? Es war wirklich ein Riesensprung. Ja, es war wahrscheinlich der größte Sprung der ganzen Welt. Oh, das ist kalt. Entschuldigung. Das kitzelt. Ihr beide seid wirklich tapfer. Und ganz besonders du, Ash. Basta hat mir gesagt, dass Feuerwehrautos alles schaffen können. Das hast du bewiesen. Das hat er wirklich. Dankeschön, Jada. Ich danke dir. Und ihr zwei braucht jetzt eine Pause, damit ihr euch gut erholen könnt. Beim nächsten Mal haben wir den Sprung drauf. Das habe ich gehört.